Eine neue Gear-Stufe, auf jeden Fall wird es sie geben. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von To Be Roof. Mein Name ist Hanel Pi und heute ist erst einmal eine Woche ohne Chaos-Kisten exklusives Mount, das ist mal wieder gut. Aber Luxion ist da, deswegen sind wir hier. Wir schauen uns das Angebot von Luxion mal an und dann sage ich euch, was ihr davon kaufen solltet und was nicht. Luxion ist so geil, nein, leider nicht. Also zwei Mounts und ein Sale. Ich bin ehrlich, der Rest den würde ich nie kaufen. Es ist sehr enttäuschend, dass man hier für 30 Dragon Coins einen so einen LED-Block bekommt. Die Mounts auf jeden Fall, Ancient Cubits, könnt ihr auch unter More, unter Style meine ich, sorry, nicht unter More, unter Style für Cubits kaufen oder sind die raus? Ich glaube, die sind raus, deswegen ist es jetzt hier. Okay, dann würde ich sagen, ist es jetzt da exklusiv. Ich dachte, es wäre da noch drin, ist nicht mehr. Naja, dann könnt ihr es doch noch holen. Und das Ding ist ein Adventure Mount, das war bis vor kurzem noch relativ viel wert, sage ich mal. Also relativ in der Hinsicht, dass Adventure Kisten so selten sind und die Mounts halt nicht wirklich häufig droppen. Jetzt natürlich kann man sich das Ding kaufen und sogar mehrmals. Ihr könnt auch das mehrmals kaufen und später verkaufen. Kann ich euch schon mal als Tipp geben. Bei manchen Dingen lohnt sich das. Ja, das war es bei ihm hier. Das Sale selber, ja, kann man auch holen, falls man sie jetzt einfach mal nicht hat. Das sind gerade mal 15 Vegan Coins. Und der Rest ist persönlich gesehen relativ blöd. Da immer noch Styles reinzupacken, das ist so traurig. Es ist einfach ein so schlechtes Angebot, kann nur der hier haben. Und das hat er jedes Mal, wenn er kommt. Wobei, letztes Mal hatte ich mindestens ein paar Mounts nicht. Das war ja mein Gott's gut. So, da ja kein CC-Loot ist, machen wir keine Chaos-Kisten auf. Den haben wir auch abgefrühstückt. Ansonsten war ja eigentlich bis vor kurzem, also bis gestern, doppelt Fishing-Tag. Ich hoffe, ihr habt das ausgenutzt. Jetzt kommt mehr Invasions für die nächsten Tage. Ist langweilig. Jetzt kommt dann noch eine Sache. Und zwar Neuigkeiten bezüglich Updates. Im Februar soll auf jeden Fall noch ein Fix kommen. Was das Club-System, was ja aktuell ein bisschen broken ist, nur ein bisschen, irgendwie korrigieren soll. Bin ich mal gespannt. Und im März soll schon der nächste größere Patch kommen mit mehr Inhalt, mit irgendeinem Inhalt. Was auf jeden Fall alles schon angekündigt wurde, ist zum Beispiel ein Klassen-Update beim Dracolite. Am Anfang war es noch der Boomeranger, jetzt der Dracolite. Ich weiß nicht, ob vielleicht beide gleichzeitig geliefert werden. Denn ich weiß noch, Ende letztes Jahr, sozusagen, hatten die gesagt, unsere nächste Klasse, worauf wir uns konzentrieren, ist der Boomeranger. Da habe ich noch gedacht, na toll. Eine Klasse, die nicht wirklich broken ist, da wollen die erstmal fixen. Dracolite, der ist broken. Also, der ist wirklich einfach nur schlecht. Es tut mir für jeden leid, der sich ausgedacht hat, ey, den spiele ich, der macht Spaß. Ja, ihr werdet aber echt schnell am Limit kommen. Selbst ein 20k Dracolite, da kannst du mit einem 10k ganz länger locker drüber. Mit Schaden und mit allem einfach nur. Naja, wie gesagt, Dracolite wird gefixt. Das ist dann gut für die Leute, die es gespielt haben und sich durchgequillt haben. Die werden hoffentlich dann belohnt dafür. Dann, äh, Game Augmenting. Also, das Verbessern von Games. Es soll, a, einmal die Fluxkosten reduziert werden. Das heißt, wenn ihr es nicht unbedingt braucht, dann wartet noch ein paar Wochen. Na, so wie ich. Einfach warten. Ignoriert einfach, dass man damit stärker wird. Man wird eh nur um ein paar Prozent stärker. Das lohnt sich überhaupt nicht. Dann lieber warten, dann kann man ein bisschen sparen. Hoffentlich werden auch so ein paar andere Ressourcenkosten noch reduziert. Zum Beispiel die Fluxkosten. Das ganz großen Ding, ne, weil das ist ja das, was mich momentan am meisten stört. Das ist nur fünfmal so gut wie das Kleine. Aber das Kleine kostet 2.000 und das kostet 150.000. Und das ist, ne, eigentlich hätte es 10.000 kosten können vom Verhältnis her. Oder eben, ja, 20.000, weil sie es ein bisschen teurer machen wollten. Aber 150.000, ne. Ich weiß gar nicht, wo die das herhaben wollen. Denn man kriegt ja fast nirgendwo Flux mehr im Spiel. Außer durch Handel. Und halt ein bisschen, wenn man einfach so rumhantiert. Na egal, das soll nicht Thema werden in der Folge. Dann weiter geht's. Achso, und eine neue Art soll reinkommen. Genau, also einmal Fluxkosten reduzieren. Und eine neue Art, an diese Game Augmenting-Dinger ranzukommen. Da bin ich ehrlich gesagt gespannt, weil ich fände es schöner, wenn man die wirklich gedroppt bekommen könnte. Zum Beispiel so ein über 10. Dann ist unter Ankommen die Stellar-Gems. Und unter Wares sind dann zum Beispiel Game Augmenting-Teile. Oder extrem viel Dust. Also abwechselnd halt mal. Einmal das, einmal das. Ne, das wäre nett irgendwie. Man muss keine neue Game-Stufe reinkommen. Nichts. Hauptsache man kann das alte Ding nicht mehr so viel, also man muss nicht mehr so viel grinden. Na egal. Das ist aber deren Wunsch. Deswegen wird das so nicht kommen. Trotzdem ist über 10 und noch mehr schon zumindest bestätigt, dass es reinkommt. Es stand sogar so drin, über 10 plus. Also ne, wer weiß wie weit das hoch geht. Vom Stand der Dinge, sage ich mal her, haben wir ja momentan nur über 9. Und mit 10.000 PR können die Meilen, also nein, können einige der Klassen gut überleben. Viele Klassen können sogar mit 15 Karten noch nicht mal richtig überleben. Das ist das Traurige daran. Also überleben meine ich nur schnell Gegner töten. Weil überleben kann jede Klasse gar nicht, weil man ja eigentlich auf Full-Damage ist. Wenig Leben und dann gib ihm. Aber auf jeden Fall über 10 wäre ja immerhin vernünftig, wenn das so 15.000 als Voraussetzung hat. Über 11.000, 20.000 Voraussetzungen. Über 12.000, 25.000 Voraussetzungen. Wobei über 12.000 egal wäre. Ich fände, über 10.000 und 11.000 würden schon genügen. Hauptsache, man hat irgendeinen Grund, seinen Charakter so hoch zu pushen. Außer natürlich der Wunsch, dass man ihn hoch pushen möchte. Ja, dann eine neue Gear-Stufe. Auf jeden Fall wird es die geben. Also eine neue Ausrüstungsstufe. Man munkelt nach Astral vom Namen her. Ich weiß nicht, das kam schon vor 20 Jahren gefühlt. Naja, vor ein Jahr oder zwei. Als Stellar rauskam, da hat jemand Sparschung gesagt, oh, die nächste Stufe heißt dann Astral. Da haben die noch gesagt, ah, wir haben keine nächste Stufe. Ja, aber natürlich ist es langweilig und wie ich in meinen Videos, ich weiß noch nicht, ob die alle schon draußen sind oder nicht, also ob dieses Video draußen ist oder nicht, wie ich schon mal angekündigt habe, finde ich es total traurig oder noch ankündigen werde, dass Gear so unglaublich schlecht ist. Das finde ich immer noch doof. Ich könnte mich ausziehen und man merkt nicht viel. Ich kann es ja einfach mal demonstrieren. Jetzt habe ich hier, sagen wir mal 1,7 ist sozusagen der Damage. Jetzt habe ich 1,56. Das heißt, dadurch, obwohl ich fast nackt bin, ich meine, ich habe nur noch das Schwert an, der Rest ist halt weg, ändert sich nicht viel. Ich meine, Lebenspunkte merkt man, ich habe die Hälfte, aber in U9 kriegt man eh, also U9 oder Shadow Tower, kriegt man eh genug Schaden, um immer One-Hit zu sein. Das heißt, man ist eh nur am Flast raufen. Ja und dann, was soll ich sagen, der Schaden selber hat sich auch nicht geändert und, also ein bisschen schon. Ich one-hitte die Endgegner jetzt in U9 nicht mehr sofort, sondern muss immer zweimal ein Schubik hinwerfen oder so 2,3 Sekunden lang so abschlachten. Also einfach so, dann geht es auch. Aber ansonsten muss man sagen, das ist traurig, dass das Gear so unglaublich underpowered ist. Das sind gerade mal 1.000, 1.000 und 1.000, also 3.000 von den 20 KPR kommen vom Gear. Ja, ich gehe mal davon aus, dass man trotzdem noch eine Waffe trägt, weil ohne Waffe kann ich nicht hauen, das wäre echt doof. Aber ansonsten 4.000 davon, 16.000. Ja, gut, 14.000 davon. Ja und der Rest kommt durch, Mastery steht hier glaube ich nicht bei mir. Ja, es ist weg mit dem Addon. Doch da, 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 seht ihr das? Da steht's. Irgendwie ist da die Kollision komisch. Da seht ihr das noch. 900 von Mastery, 1.000 vom Drache, also von den Drachen, 90 von den Subclasses. Das gibt echt auch 90 Punkte. Gut zu wissen. Na egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, ist das ein bisschen komisch. Wäre ja gut, wenn dann mindestens eine Ausrüstungsstufe reinkommt. Allerdings, wenn die eine neue Astral zum Beispiel einbauen, Astral-Ausrüstungsstufe, dann ist die Frage, gibt es dann auch eine Astral-Gam-Stufe? Und ihr könnt euch dann ausmalen, was dann hier los ist. Für Leute, die hier Tausende von Euro reingeschmissen haben oder Dollar, um einen Charakter auf Max-Gam-Level zu bekommen, mit einem perfekten Gam und alles. Und dann gibt's eine neue Gam-Stufe, dann ist alles hinfällig und man ist voll am Arsch. Ja, ihr könnt gerne meine Kommentare schreiben, wie euch das gefallen würde. Neue Gam-Stufe, neue Ausrüstungsstufe. Jetzt werde ich noch schnell einblenden, wer der glückliche Gewinner von Streamer-Dream-Codes ist. Wie immer, einfach anschreiben auf YouTube oder Discord oder sonst wo ihr das könnt. Allerdings denkt immer vorher dran, dass ihr einmal unter dem Video mindestens einen Kommentar schreibt, wenn ihr woanders her schaut. Anschreibt, ne? Wenn ihr nicht über YouTube schreibt, dann schreibt sowas wie, ja, ich schreibe euch, ich schreibe dich von Discord an mit dem Name, äh, Spinner152139. Weißt du sowas zum Beispiel? Na gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von True. Ciao. Ciao. Ciao.